und damit herzlich willkommen auf dem kanal von wanzers wieder hier zu einem weiteren supply drop opening mit dem weil wir fängt direkt man jetzt machen wir machen alle zwei zehn ok gut wenn wieder epic das war dann belastung ich nehme mir das recht raus die nächste zu machen neben mir an meiner richtung habe ich jemanden der auch keine richtung hat die ist definitiv neu es ist schon spät ihr müsst es verstehen ich bin jetzt gar nicht zu marken gedreht mark hat jedenfalls okay so und jetzt die letzten beiden zähne ich dachte irgendwas im ersten was definitiv besser das verlinke ich euch unten an der beschreibung ist nicht vergessen und noch mal eine neue torne so und jetzt zwei meier er ist schon so schön das blende wieder eben schon sieht ein ok ok warte schon so schön fache so jetzt warte einer muss einer muss so dem sagen und dann geht die epic music los wow jetzt geht sie gerade los kaut riegel genau haben wir aufry 0 Das ist richtig reingeschissen, hat das Peck. Okay, gut, komm. Danke. Jetzt. Nose-Peck? Nicht. Ich hab den Controller genutzt. Oh mein Gott. Du wirst du nicht. Oh. 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 Yeah. Aber sieht schon ganz nice aus. Nee, das ist kacke. Eine Waffe wäre aber ganz geil. Ja, so... So eine... Guck mal eben in Musik. Okay, so, wer will anstimmen? Marc stimmt diesmal? Gut. Ich bin im Leben, was ich für ein Peck mache. Au. Ey, das ist ein Ellbogen-Peck. Oh. 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 Das ist ein Knife oder so? Nee. Oh. Hatte ich letztes auch... Epic. Mach doch mal Ellbogen-Peck. Das hat gut gebraten. Gut gebraten. Hahaha. Ähm. Okay, so. Ellenbogen-Peck. Oh. Oh. Wie viel Häschen. Ey, wir werden ja so getroled mit den Snipe-Pars, ne? Oh, ist die Häschen. Diese Licht-Tarnung. Oh. Und sonst schon scheiße. Wie sofort so. So sieht Krebs aus. Ja. Ja. Ey. Ich nehm, was euch machen sonst jetzt auch. Wird der Geist genommen. Es sind noch... Es sind noch... Okay, gut. So, weil man hat jetzt... Mann, wir müssen... Haha. Ja. Haha. 20. Das tut weh. Bitte nochmal. Haha. Tut so weh. Ich hab mir das wieder zu meinem Zimmer. Haha. Tut so weh. Okay, gut. So. Nochmal jemand Musik anstimmen? Stimmen. Oh. Dude. Epic Music. Mit Zähnen. Also wir müssen heute zwei die Speck noch los. Oder wir können Peck... Das sind noch drei. Das wird sich entschuldigt. Hörst du auch in unserer Elend-Videe? Das ist... Ich... Die Specker... Die Specker wohl nicht dazu gehen. Bolldito. Bolldito. Das verhindert der Schipan. Hä? Schipan Dito. Du... Du hast... Du hast... Bolldito. So. 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 Warte. Jetzt. Ich stimme nochmal Epic Music an. Da wird's jetzt was bringen. Mach Müller-Milch-Pack. Team. Und Müller-Milch-Pack. Arbeit Fuß. Äh. Wie's geleckt hat. Das beschweren. Äh. Betrug. Guck nochmal ob wir doppelte eintauschen können. Das... Warte ein. God. Oh my Tight. Bei meinem Ja... Bei meinem Ja. Bei meinem Ja. Bei meinem Ja. Das war ein Letzte Case für diesen Abend. Wie viel Aufnahme Zeit haben wir schon? fast neun minuten aber es liegt auch daran dass wir zwei minuten davor nur scheiße gemacht haben so wollen wir jetzt noch mal wir machen so wenn du jetzt aufstehst du reißt du ja alles runter das mikrofon pack und einfach in den arsch geworfen von diesem händler hier müssen warten man noch nicht mal noch nicht er ist gerade komplett der debri jetzt weiß ich wie lange hast du gespart eine woche okay gut so wir haben wir haben ein paar gezogen und das ist wie nicht das ist einfach aufgeschüttet so warte guck mal noch mal x2 x2 war eine ganz nice das reicht nicht ja krassend so wird in die jungen anwälte es kann so ein schlechtes opening wir hoffen es hat euch gefallen so diesmal wird weil man das letzte wort haben mag willst du noch was sagen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag und ich wünsche euch noch ein geiles leben was wünscht ihr ihnen? ein geiles leben naja wenn ich das jetzt eilenblende dann können wir unser video nicht monetarisieren dann Ach, 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 ach!